Hallo und herzlich willkommen zum Rude singen Adventskalender 2021. Heute öffnet sich das fünfte Türchen. Heute am zweiten Advent sind wir schon ganz aufgeregt, denn morgen ist Nikolaustag und genau darum geht es auch in dem Lied, das wir mit euch zusammen singen wollen. Es heißt, lasst uns froh und munter sein. Viel Spaß beim Mitsingen. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist unsere Schule aus, dann ziehen wir vergnügt nach Haus. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Dann stell ich den Teller auf, Nikolaus gibt gewiss was drauf. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist Nikolaus Abend da. Wenn ich schlaf, dann träume ich, jetzt bringt Nikolaus was für mich. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist Nikolaus Abend da. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist Nikolaus Abend da. Und dann bald ist Nikolaus' Abend. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen zweiten Advent und freuen uns auf ein Wiedersingen. Gerne morgen, wenn sich das sechste Türchen öffnet. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020